Schade. Schade. Das heißt, ich habe auch ein Ereignis verpasst. Wenn ich dieses Ereignis finde, werde ich es auf jeden Fall aufnehmen. Aber mit diesem Feuerheil, die hier was suchen, da muss ich wahrscheinlich, weiß nicht, muss ich wahrscheinlich in diesem Bereich oder hier war ich auch noch nicht. Okay, Lilly. Warum? Sind Sie bereit, Sebastian? Ja, ich bin bereit. Alles klar, Hoffmann. Tun wir es. Okay. Nach Ihnen. Ich muss ihn von hier an tragen und bedienen. Er müsste uns vor dem Feuer schützen, hält aber die Dinger da drin nicht davon ab, uns töten zu wollen. Keine Sorge, um die kümmere ich mich. Wird schon schief gehen. Es funktioniert. Bleiben Sie nur innerhalb der Kuppel. Los! Oh nein. Ich kann durch die ganzen Flammen nichts sehen. Halten Sie nach diesen Dingern ausschauen, folgen Sie mir. Ich kenne den Weg. Einer kommt durch. Ich hab ihn. Noch einer. Passen Sie auf, Hoffmann. Dafür sind Sie zuständig. Passen Sie auf, Hoffmann. Na toll, Sie sind überall. Alter. Sebastian, ist alles in Ordnung? Ich nehme gleich Schrollflinte. Wie weit noch? Wirkt viel länger, wenn man drin ist. Er will uns fernhalten. Gut. Das heißt, er hat Angst. Hm. Bist du sicher? Ja. Nein. Nichts stehen bleiben. Wir sind fast da. Warten Sie. Mit dem Stabilisator stimmt was nicht. Können Sie ihn reparieren? Ich arbeite dran. Geben Sie mir Deckung. Ach, Hine. Ach, Mann. Ach, Mann. Da läuft sie. Da läuft weiter. Das war knapp. Ich sagte doch, er tickt rum. Dann nehm ich einfach Schrotflinte. Obwohl, das würde noch bestimmt aufkommen. Machen wir es ein bisschen schwerer. Damit ich wenigstens ein bisschen Herausforderung habe. Aber so jetzt beruhig ich sie... Bedauern Sie es schon? Damit kann ich wieder gut machen, was sich Lilly angetan habe. Und all den anderen, die wegen mir im Stamm sind. Also nein, ich bedauere es nicht. Ich schätze. Verdammt, meine Haut brennt. Aber ich schaff's schon hier durch. Ich darf doch mal in deine Tasche lang... Oh nein. Hoffman, was ist los? Er fällt wieder aus. Warten Sie! Beeilung! Bieber sehen wir erst! Wer ... ... ... ... ... ... ... Not ... Ich habe so ein ungutes Gefühl jetzt. Ich habe so ein gutes Gefühl. Bitte lasst mich sie retten dürfen. Bitte lasst mich sie retten dürfen. Hilf sie, retten sie Lili! Hoffmann, nein! Tut mir leid, Yukiko. Nein. Er wird dafür bezahlen. Versprochen! Nein! Och Mann! Ernsthaft jetzt! Nach all dem bin nur noch ich übrig, aber er wird mich nicht aufhalten. Ich ziehe das auf jeden Fall heute noch durch. Egal wie lange es dauert. Natürlich wird mein Internet in einer Stunde kurz ausfalten. Aber der Stream. Aber der Stream. Ja! 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 Jetzt kriege ich auch wieder so viel Zeugs. Also habe ich wieder akuten Muni-Mangel fast schon. Ich muss sparsamer sein jetzt wieder. Ich dachte eigentlich... Ich könnte Muni... also ich könnte so viel so aggressiv spielen wie möglich jetzt, aber schaut mich doch an. Ich bin ein. Ich frage mich nur, hätte ich überhaupt zurückgehen können? Ich glaube nicht, ne? Also komplett zurück da, wo das erste Gebiet ist. Dieser Ort, Junien, hat unglaubliches Potenzial. Mobius hat es verschwendet. Sie verstehen nicht das Ausmaß von dem, was sie geschaffen haben. Man stelle sich vor, eine ganze Welt voller Bekehrter, ihre Erinnerungen alle überschreiben und neu programmiert. Alle verbunden mit einem zentralen Gedächtnis, den Kern. Meine Befehle, die mit einem einfachen Gedanken übertragen und nicht in Frage gestellt werden. Ich könnte mein eigenes geistiges Utopie innerhalb von Tagen statt Jahrzehnten umsetzen. So, vier Informationen fehlen uns noch. Willkommen im Finale. Ja, anders kann es gar nicht sein. Letztes Dia bekommen wir wahrscheinlich auch von ihm. Ich behalte hoffentlich die ganzen Dias und kann dann in einem Plus-Spiel. Ja, aber diesmal ist es anders. Sie kommen nicht davon. Und ich kann dann in einem Plus-Spiel den Rest holen. Oh! Oh! Was ist denn da noch eine Tür oder so? Nee, ne? Ich habe nur die Spiegel genommen. Doch eine Tür. Oh! Junge, die hängt da fast im Magen. Und die auch. Ich werde aber jetzt nicht lebendig, ja? Das kommt mir ganz danach. Also... tone, ... ... ... ... ... ... ... Oh weh mir, jetzt geht's gleich, willst du euch. Also, ich finde das Spiel auch, um ehrlich zu sagen, es war, also die alte ist auf jeden Fall gruselig, aber nicht wirklich so alt da. Sie werden es nicht schaffen, wie beim letzten Mal, als Sie sie retten wollten. Verdammt, Sie kriegen mich nicht klein. Also, ich finde das Spiel auch, wie beim letzten Mal. Hä? Brennen die jetzt für immer? Gut. Let's go. Um. Alter, ernsthaft? Ach. 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 Was? Der Schoffer? Oh! Ach nein! Jetzt hätte ich ihn damit... Ach komm! Ernsthaft? Kann ich das schieben? Nein! Ja! 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 Habe ich doch gerade übersehen! Was löse ich damit aus? Monster? Ah nein! Das Tor! Ja! Stimmt! Und Monster! Ja! 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 Ja!